Willkommen zu aktuellem am späten Nachmittag. In der Affäre um die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org verweist der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schilly auf die Grenzen der Pressefreiheit. Es gibt kein Presseprivileg, sich über gesetzliche Bestimmungen hinwegzusetzen. Geheimes muss geheim bleiben, sagte er der Bild-Zeitung. Schilly nannte es geradezu grotesk, dass der Betreiber des Blocks als großer Held gefeiert wird. Ich sehe mit großer Sorge, dass die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden durch diese Praktiken, die sogar den Beifall der Opposition finden, in verantwortungsloser Weise erschwert wird, sagte der 83 Jahre alte Jurist von 1998 bis 2005 unter Bundeskanzler Schröder Innenminister. Gleichwohl hält er den Vorwurf des Landesverrats im anhängigen Fall für überzogen. Gegen Blogger von Netzpolitik.org wird wegen Landesverrats ermittelt, da sie als geheim eingestufte Papiere des Verfassungsschutzes ins Internet gestellt hatten. Das Ende Juli öffentlich gewordene Verfahren ruht zurzeit. Nach einer Auseinandersetzung über die Einmischung der Politik in die Arbeit der Justiz hatte Bundesjustizminister Heiko Maas am Dienstag Generalbundesanwalt Harald Range entlassen. Der hat seine Ermittlungen gegen kritische Journalisten und seine öffentlichen Angriffe gegen den Bundesjustizminister verteidigt. Er habe sich nicht wie ein geprügelter Hund vom Hof schleichen wollen, sagte Range der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Range begründete seine scharfe Kritik und erklärte, es sei ihm auch darum gegangen, sich nicht strafbar zu machen. Da spei, spielt das von Range in Auftrag gegebene und von Minister Maas gestoppte Gutachten eine entscheidende Rolle. Ranges Angaben zufolge war der Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass die Online-Journalisten Staatsgeheimnisse verraten haben. Die Affäre geht weiter, der Stand der Dinge. Für den ehemaligen Generalbundesanwalt ist die Sache noch nicht zu Ende. Harald Range sieht sich zu Unrecht ausgebremst von der Politik. Es geht um das Gutachten, das er in Auftrag gegeben hatte zur Frage, ist überhaupt ein Staatsgeheimnis verraten worden oder nicht. Der Bundesjustizminister verlangte, dass der Auftrag zurückgezogen wird und jemand anders das Gutachten erstellt. Juristisch ein umstrittener Vorgang. Ein Gutachten gilt im Ermittlungsverfahren für Tatsachenfragen als Beweismittel. Und Beweismittel kann ein Strafermittler nicht einfach ignorieren. Er muss diesen Beweismitteln nachgehen und dann auch berücksichtigen bei der Feststellung des Sachverhalts. Führende Juristen in Karlsruhe bewerten das Verhalten des Ministers kritisch. In einer schriftlichen Stellungnahme des Vereins der Bundesrichter und Bundesanwälte beim Bundesgerichtshof heißt es, man sehe Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Behinderung der Ermittlungen. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gingen deshalb bereits Strafanzeigen ein gegen Heiko Maas. Der Vorwurf, Strafvereitelung im Amt. Das Gesetz sagt, wer absichtlich oder wissentlich vereitelt, dass ein anderer bestraft wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Amtsträgern, dazu gehört auch ein Minister, droht eine besonders scharfe Strafe. Dass der Minister sich hier wirklich strafbar gemacht hat, dieser Vorwurf wird noch von keinem Juristen öffentlich erhoben. Dazu müsste der Sachverhalt erst einmal sehr gründlich geprüft werden. Die Antwort hängt auch von der Frage ab, ob es denn überhaupt eine verbindliche Anweisung war, die das Ministerium dem Generalbundesanwalt erteilt hat. Karlsruhe sagt ja, Berlin sagt nein. Die Beteiligten werden also noch einige Fragen beantworten müssen. Das Juristische will die Berliner Staatsanwaltschaft klären und auch der Rechtsausschuss des Bundestages wird sich mit dem Vorgang befassen. Mit einem Flugzeug, Hubschraubern und Booten verstärkt Frankreich nach dem Fund eines Flügelwrackteils die Suche nach Überresten von Malaysia Airlines Flug MH370. Das Flügelwrackteil, das nach malayischen Angaben zur MH370 gehört, in Frankreich formuliert man Vorsicker, nach Einschätzung der französischen Staatsanwaltschaft stammt sie höchstwahrscheinlich von der verschwundenen Maschine. Dieses Wrackteil wird weiter untersucht. Angehörige von chinesischen Passagieren von Flug MH370 haben gefordert, auf die französische Insel im Indischen Ozean gebracht zu werden. Wir wollen uns selbst auf La Reunion umsehen, sagen sie. Ein Situationsbericht. Eine verzweifelte Angehörige. Sie will in die Malaysia Airlines Zentrale in Peking, will endlich Informationen. Es waren vor allem chinesische Passagiere an Bord der MH370. Wut, Trauer, Ungewissheit. Die neuen Nachrichten sind für sie verwirrend. Ein Wrackteil sagt doch gar nichts aus. Wir brauchen die Wahrheit, die Wahrheit. Entzürnt hat die Angehörigen die scheinbare Gewissheit, mit der der malaysische Regierungschef den Tod der Passagiere verkündet hatte. Wir haben jetzt den Beleg, dass der Flug MH370 tragisch im Indischen Ozean endete. Aber nach Einschätzung der französischen Behörden gibt es noch keine zweifelsfreien Beweise. Auch wenn es durchaus schlüssig sei, dass es sich um die MH370 handele. Für Aufregung sorgte heute, dass die Malaysia verkündeten, auf La Reunion seien weitere Trümmerteile angeschwemmt worden. Die französischen Ermittler bestätigen das nicht. Die Flügelklappe wurde 5000 Kilometer entfernt vom bisherigen Suchgebiet gefunden. Strömungsberechnungen sollen Hinweise auf die Herkunft, also die mögliche Absturzstelle geben, wie auch die Entenmuscheln auf dem Wrackteil. Zum ersten Mal könnten wir etwas näher an der Lösung dieses Rätsels sein. Nach 17 Monaten erfolgloser Suche. In Paris begrüße ich jetzt Theo Koll, unseren Korrespondenten. Herr Koll, immer wieder spielen die Muscheln auf dieser Flügelklappe eine Rolle. Was könnten die für einen Hinweis geben? Nun, das Wrackteil ist ja fast 17 Monate an der Oberfläche getrieben. Und in dieser Zeit haben sich dort kleine Krebstiere angesiedelt, die etwas verfälschend Entenmuscheln heißen. Und davon gibt es unterschiedliche Sorten in bestimmten Teilen der Weltmeere. An den unterschiedlichen Arten, also, die am Wrackteil zu finden sind, lässt sich dann vielleicht der Weg im Wasser erkennen. Und die ältesten Muscheln dürften aus der Nähe des Absturzortes stammen. Bisher ist das abgesuchte Gebiet ja mit 120.000 Quadratkilometern unglaublich groß. Vielleicht lässt sich dann, indem man über diese Muschelsorten das Gebiet etwas weiter eingrenzen. Wobei es auch Experten hier gibt, die vor allzu übertriebenem Optimismus warnen, die sagen, der Indische Ozean sei wie eine Art Flipperautomat. Also, Teile könnten sich sehr unterschiedlich verteilen. Also, die auf... Untersucht wird aber neben diesen Muscheln... Bitte? Pardon. Ich wollte sagen, diese Muscheln geben den Hinweis vielleicht auf den Weg des Wrackteils, aber sicher nicht auf die Absturzursache. Da könnten Risse, Schleifspuren, vielleicht sogar Sprengstoffreste Hinweise geben. Man untersucht ja weiter. In der Tat. Dieses Labor ist ein Militärlabor des französischen Verteidigungsministeriums. Das ist sehr gut ausgerüstet. Unter anderem mit Mikroskopen, die bis zu hunderttausendfach vergrößern können. Das heißt also, auch kleinste Restspuren von Rußstellen oder möglichen Explosionsfolgen könnten damit festgestellt werden. Von besonderem Interesse sind natürlich dabei diese Bruchkanten, um zu ermitteln, wie und warum hat sich dieses Teil nun vom Flugzeug gelöst. Die Flügelklappe ist ja für einen Laien jedenfalls noch vergleichsweise intakt. Das könnte, so erste Einschätzung hier, auf einen Aufschlag mit eher geringerer Geschwindigkeit hindeuten. Die französischen Behörden sind bei der Bekanntgabe von Ergebnissen oder Erkenntnissen sehr viel zurückhaltender als die malaysische Regierung. Was kann man daraus ablesen? Nun, es wird auch von den Angehörigen der Passagiere oder auch der Opfer immer wieder der Vorwurf geäußert, dass Malaysia die Sache so schnell wie möglich abschließen möchte. Das muss man sagen, ist ein Eindruck, dem man sich durchaus anschließen kann. Erst kam diese sehr schnelle Bestätigung, dass es in der Tat die MH370 sei, ohne dass es wirklich einen Beleg dafür gibt. Also der jesige Staatsanwalt ist sehr viel vorsichtiger, weil es natürlich sofort auch rechtliche Konsequenzen hätte. Also für Versicherungen, für Testamente, dann sind die Menschen tot erklärt. Und Malaysia möchte möglicherweise dieses traurige Kapitel auch für die eigene nationale Fluglinie abschließen. Denn Malaysia Airlines ist in schwere Turbulenzen geraten, erst durch diese verschwundene MH370. Und dann wurde ein Flugzeug der Airline über der Ukraine abgeschossen, wir erinnern uns. Also da ist vielleicht der Verdacht nicht ganz unberechtigt. Malaysia hatte ja auch gestern für Verwirrung gesorgt, weil man wieder gefundene Wrackteile angekündigt hatte. Die Franzosen haben das aber dann sofort dementiert. Trotzdem wollen sie sich weiter verstärkt einsetzen. Der Verteidigungsminister hat den Einsatz von Flugzeugen und Schiffen der Armee angekündigt. Also ist auch Frankreich daran interessiert, Klarheit zu schaffen. Absolut. Frankreich hat auch Passagiere an Bord gehabt, wenn auch nicht so viele. Es waren ja zwei Drittel der Passagiere Chinesen, aber es gab einige Franzosen, die an Bord waren. Und das ist unsere Erfahrung hier vor Ort. Frankreich ist in solchen Situationen sehr gut. Also wir haben das beim Absturz der German Wings Maschine in den Voralpen erlebt. Also da ist Frankreich eine Nation, die in solchen Situationen alles tut, was möglich ist, um auch den Angehörigen zu helfen. Denn das muss man sich immer noch vor Augen führen. Die Angehörigen, viele von denen haben auch noch die Hoffnung, dass vielleicht die Maschine dann doch irgendwo gelandet sei. Dass also die Menschen noch leben. Und diese Ungewissheit ist, glaube ich, für die Familien mit das Schlimmste. Und insofern versucht man, alles zu tun, um da auch Klarheit zu erlangen. Thierkoll, danke nach Paris. In der Tat, es ist da nicht nur Materie abgestürzt, sondern es sind menschliche Schicksale. Danke nach Paris. In den Vereinigten Staaten hat der Vorwahlkampf zur Wahl des Präsidenten begonnen. Der US-Fernsehsender Fox News hatte zehn Kandidaten der Republikaner zum TV-Duell geladen. Darunter auch Donald Trump, der in den Umfragen an der Spitze der Bewerber liegt. Was erstaunlich ist, denn seine politischen Ansichten sind gewöhnungsbedürftig. Politiker seien korrupt, sagt er. Frauen beleidigend sei okay. Wie ein wütendes Kleinkind hat er Links- und Rechtsfußtritte verteilt. Er habe keine Zeit, politisch korrekt zu sein. Einen anderen Kandidaten, außer sich selbst zu unterstützen, kommt für Trump nicht in Frage. Selbst wenn er mit der Masche, ich mache und sage, was ich will, bislang gut gefahren ist. Noch zwei Fernsehdebatten und der Immobilienkönig kann wieder Wohnungen verkaufen, sagen Beobachter. Jeb Bush, auch Kandidat der Republikaner, sein Vater und sein Bruder waren bereits zuerst Präsidenten, warf dem Milliardär eine spaltende Sprache vor und versuchte sich als seriöse Alternative zu präsentieren. Eindrücker des TV-Duells in der Nacht in Cleveland. Versprochen war die ganz große Republikaner-Show und das wegen eines Mannes, seinetwegen. Donald Trump, der Mann, der das politische Establishment erschüttert, laut exzentrisch beleidigend und Trump trumpfte auf von Minute eins an. Ist hier irgendjemand auf der Bühne, fragt der Moderator, der den künftigen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner nicht unterstützen wird? Ich kann leider nicht zusichern, dass ich die Person, sollte ich es nicht selbst sein, unterstütze. Eine Kandidatur als unabhängiger Kandidat, also nicht ausgeschlossen. Trump, der Held der weißen, frustrierten Mittelschicht. Er nährt die Wut auf die Mächtingen in Washington und Washington zittert. Leute wie Trump werden in diesem Land so erfolgreich, weil die etablierten Parteien den Mut verlieren und dem Status Quo verharren. Trump kretscht genau da rein. Trumps Rezept, alles Versprechen, alle niederbrüllen. Eher bieder und blass kommt da ein Jeb Bush daher, Sprössling der Bush-Dynastie und laut Umfragewerten Trumps größter Rivale. Mr. Trump spaltet das Land. Ich will gewinnen, ich will der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden. Wir gewinnen nicht, wenn wir tun, was Obama und Clinton tun, das Land spalten. Spektakel. Damit haben es auch andere Republikaner versucht. Ted Cruz aus Texas etwa grillt Schinken auf seinem Maschinengewehr. Aber keiner beherrscht Schlagzeilen und Umfragen, so wie Trump. Das ist, als würde Trump die Energie aus dem Raum absaugen. Die anderen kriegen einfach keine Aufmerksamkeit für ihre Geschichte. Einwanderung, ISIS, der Iran-Deal. Es ging um viel in der TV-Debatte. Am Ende aber vor allem um Donald Trump. Er wird nach seinen Geldspenden an Politiker gefragt. Die tun jetzt, was sie von ihnen erwarten, sagen sie. So ist es, auch den meisten auf der Bühne hier habe ich Geld gegeben. Viel Geld. Also, also mir nicht. Und wissen Sie, Hillary Clinton, zu der habe ich gesagt, kommt zu meiner Hochzeit und sie kam. Warum? Sie hatte keine Wahl. Ich habe ihr Geld gegeben. Eine Minute Redezeit hatte jeder Kandidat für eine Antwort. Donald Trump hatte mehr. Er hat einfach immer länger geredet. Im Studio begrüße ich Dr. Josef Braml, USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hat das, was wir da gesehen haben, was mit Politik zu tun? Das ist Politik in den USA. Hier herrscht Spektakel. Man muss sich in den Medien verkaufen. Und da ist Donald Trump bestens geeignet. Er könnte vielleicht in die Fußstapfen von Ronald Reagan treten. Ich habe eine Einschätzung gelesen, dass noch zwei solcher TV-Duelle und er wieder Wohnungen verkaufen kann. Nutzt sich so etwas auch ab? Ich glaube, im Fernsehen wird er nicht Schiffbruch erleiden. Er hat ja hier seine Präsenz. Jetzt nicht nur bei Reality-TV-Shows. Er hat das Handwerk gelernt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, was die politische Basis angeht, dann doch noch das eine oder andere mit dazu lernen muss. Sein Wahlkampf ist denkbar schlecht aufgestellt. Denn Frauen beleidigen ist okay. Das minimiert ja schon mal die Chancen bei der weiblichen Wählerschaft. Und Politiker sind korrupt. Das muss dem Denken Menschen ja auch zu denken geben. Ja, dass Politiker korrupt sind, das ist in Amerika mittlerweile schon, ja, Gemeinplatz. Mittlerweile sehen das mehr. Wobei man sagen muss, dass eine Geldspende nicht unbedingt den Politiker korrupt macht. Denn Geldspenden gibt es ja auch bei uns. Ja, wir können darüber debattieren. Aber wenn die Amerikaner das so wahrnehmen, dass das System korrumpiert sei, und das zeigen deutlich die Umfragen, dann begeht Trump hier keinen großen Fehler. Ich glaube, er begeht einen größeren Fehler, wenn er zum einen da die Frauen so abschätzig behandelt und vor allem die Latinos. Er hat ja in rassistischer Weise hier die Latinos wieder mal vor den Kopf geschlagen. Und ich glaube, er hat nicht gelernt, dass der letzte Republikaner der Präsident werden wollte, 20 Prozentpunkte Vorsprung bei weißen Wählern hatte und trotzdem die Wahl nicht gewinnen konnte. Das heißt, Latinos werden das Zünglein an der Waage sein. Und deswegen traue ich Jeb Bush sehr viel mehr zu, der ja in dieser Frage sehr liberal aufgestellt ist. Da geht es auch um die Einwanderungspolitik, die Trump auch ablehnt in der Form, wie sie gehandhabt wird, aber seine Kontrahenten bemüht sind, Lösungen zu finden. Ja, Jeb Bush will jetzt nicht nur Lösungen finden, sondern er hat auch noch das Pfund, dass er mit einer Latina verheiratet ist. Und er sagt, die sich illegal im Land aufhalten, denn die sind hier aus einem Akt der Liebe. Und wer kann es ihm absprechen? Er spricht ja selbst dafür. Das heißt, er hat hier sehr gute Karten, den Vorsprung der Demokraten bei dieser Klientel nicht allzu groß werden zu lassen. Das wird das Zünglein an der Waage sein, zumal in einer Handvoll hart umkämpften Einzelstaaten, den sogenannten Battleground States, auf die es dann letztendlich wirklich ankommt. Sie haben das Stichwort genannt, Demokraten. Und damit kann man vielleicht auch Hillary Clinton sagen, den Demokraten. Und ihr kann nichts Besseres passieren als so ein Trump. Ja, weil die Strategen haben Gott gedankt dafür, dass er ihnen Donald Trump geschickt hat. Viele vermuten auch schon, dass die Absprache mit Herrn Clinton so weit geht, dass er eigentlich die Demokraten unterstützen will. Und diese Vermutungen oder Conspiracy-Theories, die werden jetzt auch noch dadurch genährt, dass Trump sagte, Sollte er nicht als Kandidat gekürt werden, dann würde er als Unabhängiger antreten. Und das würde definitiv dann den Republikanern den Gauhaus machen. Ist denn ein solches System wie in den Vereinigten Staaten, wo es nicht gewachsene Parteistrukturen mit Kandidaten gibt, die über viele Jahre im politischen Geschäft unterwegs sind, ist das tragfähig? Ist das nicht alles ein bisschen zufällig, was da zurzeit geschieht? Ja, mittlerweile sind selbst Amerikaner schon ins Zweifeln geraten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Parteien in den USA ohnehin keine große Rolle spielen. Das ist kein parlamentarisches Regierungssystem. Parteien sind bessere Wahlvereine. Aber das Problem ist jetzt, dass sie selbst ihre Wahlfunktion abgegeben haben an Superpacks, die jetzt da auch die anderen Kandidaten massiv unterstützen. Jeb Bush hat schon über 100 Millionen reingeholt und hat seinen Unterstützern gesagt, Moment, zügelt euch, sonst entsteht der Eindruck, dass hier Korruption mit im Spiel sein könnte. Das ist das Hauptproblem, dieses Geld, das von außen reindrückt und es den Parteien nimmt, die Kandidaten aufzustellen. Das Problem der Republikaner ist vielleicht auch, dass zu viele Kandidaten unterwegs sind. Fox News hatte zehn Kandidaten eingeladen. In Wirklichkeit sind es ja 17. Da spielen die meisten überhaupt keine Rolle. Ja, vielleicht sind 17 dann doch zu viel. Aber die Tatsache, dass Hillary Clinton nicht wirklich ernsthafte Konkurrenten hat, ist vielleicht das größere Problem. Sie bleibt nicht in den Medien. In den Medien ist ja interessant, was sich fetzt. Ja, gut, der Zweikampf wird dann stattfinden. Aber bis dahin muss Hillary Clinton sehr viel Geld ausgeben, um im Gespräch zu bleiben. Das Problem haben die Republikaner jetzt mit Donald Trump schon gar nicht. Wie politisch ist die amerikanische Öffentlichkeit? Kann die amerikanische Öffentlichkeit einschätzen, welche Bedeutung solche TV-Doille haben, nämlich innerparteilicher Kampf und noch nicht politisches Programm? Bei den Republikanern im Vorwahlkampf ist erst mal die Basis der Republikaner wichtig. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das ganze Rennen wurde ja jetzt, dieses Schaulaufen wurde ja über Fox News dargestellt. Und da schauen nur die härtesten der Harten zu. Das Problem für moderatere Kandidaten wie Jeb Bush wird sein, hier diesen Vorwahlkampf zu überstehen. Falls er den überstehen sollte, vor allem auch mit seiner liberalen Haltung zur Einwanderungsfrage, dann hätte er sehr gute Kandidaten, dann Hillary Clinton zu schlagen. Aber hier dürfen wir nicht von der Öffentlichkeit als Ganzem ausgehen, sondern erst einmal die Teilöffentlichkeit sehr knallkonservative Republikaner. Und die ist jetzt relevant. Der Weg ist noch ein langer. Herzlichen Dank für die Hilfe der Interpretation des TV-Duells heute nach den Kliewland. Dankeschön. Der rechtsradikale Norweger Anders Breivik tötete bei einem Bombenanschlag in Oslo und einem Massaker auf der Insel Uteuja am 22. Juli 2011 insgesamt 77 Menschen. Die meisten Opfer waren Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die auf Uteuja an einem Sommerlager der Jugendorganisation der Arbeiterpartei teilnahmen. Am Breivik schoss auch noch auf sie, als sie am Boden lagen oder durch das Wasser zu fliehen versuchten. Die zuvor in etwa 40 Kilometer entfernt gezündete Autobombe in Oslo sollte die Polizei ablenken. Acht Menschen starben dort. Mit einer Rekordzahl von 1000 Teilnehmern nimmt die Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei heute die Insel Uteuja wieder in Besitz. Bedeckter Himmel, 15 Grad. Das Wetter ist dasselbe wie damals am Tag des Massakers. Über 1000 junge Leute wollen nach Uteuja, trotz allem. Höchste Sicherheitsstufe rund um das erste Sommerlager nach dem 22. Juli 2011. Trotzdem herrscht fröhliche Ferienstimmung. Vier Tage lang wollen die jungen Leute auf ihrer Insel zelten. Auf Uteuja finden schon seit Jahrzehnten Sommerlager statt. Die Insel soll kein Ort des Grauens bleiben. Für uns ist es klar, wir antworten auf Hass mit Liebe. Wir antworten auf den feigen Terroranschlag mit größerer Offenheit und Demokratie. Und dass wir hier über 1000 Teilnehmer beim Sommerlager begrüßen können, ist die beste Antwort, die wir geben können. 69 Menschen, die meisten von ihnen Jugendliche, wurden auf Uteuja von Andersbeivik ermordet. Er zog über die kleine Insel und schoss etwa 90 Minuten lang auf seine Opfer, bevor er festgenommen wurde. Zuvor hatte er durch eine Bombe in der Innenstadt von Oslo acht Menschen getötet. Der Attentäter wurde zu 21 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Breivik hat auch Lisbeth, Räunelands Tochter Sünni, auf Uteuja erschossen. Lisbeth findet es gut, dass wieder Leben auf die Insel kommt, auf der ihre Tochter starb. Sie war so ein lebenslustiges Mädchen, mit roten Haaren und Sommersprossen, sehr engagiert. Der Ort, wo sie gestorben ist, zieht mich an, ist eine Therapie für mich. Aber ich finde es auch gut, dass dort nun wieder Sommerlager stattfinden, wie früher. Doch es gibt auch Angehörige der Opfer, die gegen weitere Sommerlager auf Uteuja sind. Auf den Gräbern ihrer Kinder, wie sie sagen. Die Diskussion um den richtigen Umgang mit dem schlimmsten Tag in der Geschichte Norwegens seit dem Zweiten Weltkrieg hält an. Ein Baum mit Grüßen an die Ermordeten. Die alte Cafeteria mit den Einschusslöchern innen. Und ein neues Mahnmal mit den Namen der Toten. So soll auf Uteuja die Erinnerung wachgehalten, der Trauer immer Raum gegeben werden. Einige Überlebende, wie die 25-jährige Ranghild, sind auch 2015 wieder hier im Sommerlager. Wir versuchen an diesem Ort nun wieder gute Erinnerungen zu schaffen. Ich war 2011 hier, ich habe Glück gehabt. Und gerade deshalb organisiere ich dieses Sommerlager mit. Das ist sehr wichtig. Vier Tage lang wollen sie das auf Uteuja nun versuchen. Nach vorne schauen. Aber ohne die Vergangenheit zu vergessen. Ein dunkles Ereignis dürfe nicht die helle Vorgeschichte überschatten, hatte der Vorsitzende der Jungsozialisten Norwegens, Mani Husiani, im Vorfeld der Rückkehr des Ferienlagers auf die Insel gesagt. Heute Vormittag dann, wie soll man sagen, der Festakt anlässlich der Wiederinbesitznahme der Insel durch die Jugendlichen und ihr Camp. Willkommen zum Sommerlager der AUF auf Uteuja. Zwei Jahre lang waren wir auf Gülsrud, der Hütte, wie wir es genannt haben. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein auf der Uteuja. Gestern hörten wir, was unsere Insel bedeutet für Menschen, für die AUF, für Norwegen und sogar für die ganze Welt. Und es ist so wahr, was ein kluger AUF-Mitglied einmal sagte, AUFs Hauptquartier liegt nicht auf dem Youngstalk in Oslo, es liegt hier. Das ist unser Heim. Liebe AUF-Mitglieder, heute sind wir Teil eines Größeren als wir selbst, sowohl als Teil einer langen Tradition mit den Sommerlagern auf Uteuja und gleichzeitig sind wir hier zum ersten Mal seit den Terrorangriffen gegen unsere Organisation und der Nation im Jahre 2011. Am 22. Juli wird immer ein Teil der Geschichte Uteujas sein. Alles, was wir durchmachen mussten, alle diese schweren Tage. Aber dieser Tag wird auch immer ein Teil der Geschichte Uteujas sein, der Tag, an dem AUFs Sommerlager wieder hier auf der Uteuja stattfand. Gestern hörten wir viele Geschichten um unsere Insel und die nächsten Tage werden wir weitere hören. Aber die wichtigsten Geschichten sind vielleicht die, die noch nicht erzählt worden sind. Die, die in der Zukunft Geschichten werden. Lynn Christine beschreibt in unserer Zeitschrift, Uteuja sei ein Platz, wo Blumen sprießen. Sie schreibt, Einige der Schönsten sind weg. Viele wachsen weiterhin. Die meisten sind immer noch nicht ausgesät worden. Sie hat so recht. Ich freue mich auf die Fortsetzung. In der ganzen Welt sehen wir die Jugend als die Mutigsten. Es ist die Jugend, die verändert. Das zeigt Malala, die gegen den Taliban vorging. Das zeigten die Jugendlichen im Mittleren Osten während des arabischen Frühlings bei der Frage nach mehr Demokratie. Und es zeigt Jugend in Europa, die Beschlüsse fordert, wenn die Finanzkrise Hunderttausende in die Armut treibt. Die Welt ist voll von Jugendlichen, die wollen und können. Und hier auf Uteuja versammeln sich einige von uns. Ihr seid über tausend Beweise dafür. Wir wollen und wir werden verändern. Kameraden, Uteuja ist nicht nur ein Ort, wo wir über internationale Solidarität sprechen. Uteuja ist international. Ne, Solidarität. Und deswegen bin ich besonders stolz, um Freunde willkommen zu heißen. Wir haben Besuch aus Schweden, Sverige, Uganda, Libanon, Palästina, Chile, Swaziland, Westsahara, Georgia, Finnland, Grönland, Wieterischland, aus Weißrussland, den Pfadöern, Palästina und Dänemark. Liebe Kameraden, wir sind so stolz, euch hier zu haben und wir sind so stolz, euch unsere Schwestern und Brüder nennen zu können. Und auch wenn unsere Kämpfe unterschiedlich sind von euren, wir teilen alle dieselben Werte von Gleichheit und Solidarität. Dank an euch, hier zu sein und wir preisen unsere Freundschaft. Immer jünger werdende Gamer sind Jugendmedizinern ein Dorn im Auge. Computerspiele haben ein großes kreatives Potenzial, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Wolfgang Hartmann in Köln. Aber viele sind brutal und ungeeignet für Minderjährige, erklärte der Mediziner anlässlich der weltgrößten Computerspielmesse Gamescom 2015, die bis Sonntag in Köln stattfindet. Den Elternfalle ist oft schwer, Grenzen zu setzen, zumal wenn sie selbst schlechte Vorbilder sind, so hartmann weiter. Mütter und Väter sollten sich unbedingt informieren, was ihre Kinder spielen. Es gebe jede Menge schöne, lustige und lehrreiche Spiele. Unter welchem Aspekt auch immer die weltgrößte Computerspielemesse fasziniert. Seit Monaten fiebern sie diesem Event entgegen, haben stundenlang dafür angestanden. Es waren gerade eben Spieler, die noch nie gespielt haben. Ein Spiel, was gerade noch rauskommt und das ist einfach dieses Tolle, dieses Erlebnis, dieses Feeling einfach. Man lädt das einfach mit. Raumschiffe, Monsterkampf und Abenteuer. Wer hier spielt, taucht komplett ab in eine andere Welt. Fast alle Anbieter wollen mit neun Staffeln ihrer Spiele beim Publikum punkten. Die Faszination ist ungebrochen. Die großen Trends sind ähnlich wie in den letzten Jahren, also wieder viel Open World, sehr große Spielwelten, wo man viele Freiheiten hat. Gerade die neuen Konsolen geben da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass man mehr Interaktionsmöglichkeiten hat, mehr Sachen selber herstellen in Spielen. Also Crafting heißt das. Die große Hoffnung der Branche aber ist die Virtual Reality-Brille. Nicht ganz neu, doch Technik und Grafik werden immer raffinierter. Spätestens im nächsten Jahr soll sie marktreif sein. Bei Virtual Reality sind sie mitten im Spielgeschehen drin. Das heißt, sie erleben nichts mehr anderes als das Spielerlebnis. Das ist total intensiv und von daher eine komplett neue Spielerfahrung. Ob pure Unterhaltung oder Mitfiebern bei großen E-Sports und Online-Schlachten, es ist ein gigantischer Markt, der heranwächst mit Milliarden Umsätzen weltweit. Nur das große Geld wird im Ausland verdient. Deutschland ist, was Spieleentwicklung angeht, immer noch Entwicklungsland. Das ist ein Riesenproblem und dafür müssen sich insbesondere die Rahmenbedingungen, auch die politischen Rahmenbedingungen für die Branche in Deutschland ändern, weil wir reden hier über das Zukunftsmedium, über das Medium dieses Jahrhunderts. Sicher ist eins. Künstliche und reale Welten werden immer mehr miteinander verschmelzen. Zumindest für die kommenden drei Tage in Köln. Die Computerspielmesse beschäftigt nicht nur Jugendmediziner, auch Bildungspolitiker. Computerspiele hätten neue, spannende Lernformen für alle Altersgruppen geschaffen. Es wurde der Realitätsbezug von Computerspielen gelobt. Der Impuls von Computerspielern, nach Niederlagen aufzustehen und es erneut zu versuchen, sei auch im Arbeitsleben wichtig. Und die Messe ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Klaus Weber im Gespräch mit Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung von Köln Messe. Sehr wichtig für die Computerspielebranche sind natürlich Messen, ganz besonders die Gamescom. Und natürlich ist es umgekehrt genauso, dass die Messen sich sehr freuen, eine solch erfolgreiche Branche bei sich zu Gast zu haben. Gerald Böse, der Messechef von der Köln Messe, kann das sicher bestätigen. Herr Böse, eine solch erfolgreiche Messe, hätten Sie damit gerechnet, als Sie die damals hierher geholt haben, die Gamescom? Das war so nicht abzusehen. Seit 2009 hat die Gamescom ihre Fläche verdoppelt. Die Anzahl der Fachbesucher, ich glaube, um 112 Prozent gesteigert. Die Messe ist auch mit der Industrie gewachsen. Und das war sicherlich auch mit ein Grund, warum die Branche sich dann entschlossen hat, hier nach Köln zu kommen, weil sie hier einfach mehr Raum für Wachstum hat. Und Köln als Medienmetropole auch nochmal, denke ich, kommunikativ in der Lage ist, das Ganze weiterzutreiben. Ich war vorher in Leipzig als Gamesconvention, da ist man immer noch sehr traurig. Aber wenn Sie jetzt mal hier so umschauen, unglaublich viele Leute, die verkleidet hier rumlaufen, kommen sich manchmal auch so ein bisschen vor wie beim Karneval? Ja, ist wirklich so. Manchmal sind die wildesten Figuren hier unterwegs. Aber das ist auch ein Trend in diesem Jahr. Man merkt das über die Jahre. Diese Identifikation mit den Spielecharakteren, das wird immer stärker. Und das finde ich großartig, dass die sich selbst bei diesen Temperaturen hier in ihre Idole sozusagen reinversetzen und das hier so präsentieren. Und das ist auch das besondere Flair der Gamescom hier in Köln. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre dabei. Aber eine so erfolgreiche Messe, die weckt natürlich auch bei anderen Messegesellschaften Begehrlichkeiten. Was sagen Sie denn? Wie glauben Sie, dass Sie die Gamescom hier in Köln halten können? Glauben Sie da in den nächsten Jahren auf jeden Fall an Köln? Auf alle Fälle. Wir haben erst im letzten Jahr unseren Vertrag mit dem Bio verlängert. Wir haben unsere mittel- und langfristigen Ziele gemeinsam besprochen. Und natürlich, jede Stadt in Deutschland möchte eine Messe wie die Gamescom haben. Aber unsere Konkurrenten sind nicht nur Deutschland, sondern Paris und London. Und wenn wir den generellen Spielemarkt sehen, dann ist die UK sehr, sehr stark. Und wir schauen nicht nur nach Deutschland, sondern unsere Konkurrenten sind global. Meine Damen und Herren, wann immer Wesentliches in der Welt geschieht, Phoenix informiert Sie unmittelbar und umfassend, das wissen Sie. Hoffen wir gemeinsam, dass wir ein ereignisarmes Wochenende in Bezug auf negative Nachrichten erleben. Dann müssen wir unser geplantes Wochenendprogramm nicht ändern. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Bis zum nächsten Mal.